Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir, eurem Kevin LP. Und heute geht es um ein PC-Gehäuse, ein Full-ATX-Gehäuse. Ähm, ja, von Sharkoon, das VS4-V, nicht das VS4-S. Weil das VS4-S hat, glaube ich, USB 3 und das hat nur USB 2. Ist also eine andere Version. Und ja, ich würde dann sagen, ich werde dann das Video neu machen am Anfang leider, wegen dem Versandetikett, aber das seht ihr ja. Aber guckt euch den Rest noch an, da geht es um das Gehäuse. Da zeige ich euch auch nochmal die andere Seite, wo nochmal alles zu sehen ist, was hier drunter steht. Weil der Händler hat hier leider genau hier drauf das Versandetikett geklebt. Und leider hat das Gehäuse eine Stelle, aber ich konnte mit dem Händler mich hoffentlich gütlich einigen. Sein Vorschlag 5 Euro, die sich natürlich auch annehmen werde. Der, ähm, laut Informationen autorisierter Sharkoon-Händler ist. Und ja, wir gucken uns als erstes das Paket natürlich mal. Aber hier ist nichts Spektakuläres. Leider hat DHL hier eine schöne Delle reingehaut. Das ist das Paketunternehmen, aber, äh, von welches Paketunternehmen liefert man nicht unbeschädigte Pakete her? Ja, aber es ist doch wohl schlimmer. Ja, leider. Ähm, musste ich schon mit Baudauern verstehen, dass sie mir ein halbes Paket zerlegt haben. Das ist ja noch die halbe Miete dagegen. Äh, USB 2.0 bringt es leider nur mit. Ich weiß nicht, warum es draufsteht. Gucken wir uns aber gleich nochmal an. Ähm, hier ist natürlich Kabelmanagement ein bisschen. Für die Leute, die wissen wollen, ob das wirklich möglich ist. Hier haben wir ein Bequite System Power 8, ne 9. Neun genau. Und, ja, wir gucken mal, ob wir hier so ein fettes ATX-Kabel hinter der Blende verlegt bekommen. Äh, wie es mit dem P8-Stecker für die CPU aussieht. Und, und so weiter. Schrauben sind hier am Lieferumfang wahrscheinlich wieder enthalten. Werden wir aber gleich sehen, wenn wir den Paket dann, äh, offen haben. Und, ich würde sagen, ich hole das Paket mal raus. Äh, wir haben einen Lüfter mit integriert. Ich habe jetzt mal hier ein Netzteil geholt. Ähm, das ist ein HEC-Netzteil. Ich habe schon mal, ähm, vielleicht kennt ihr das, diese Brücke gesetzt. Dass das Netzteil auch ohne Mainboard startet. Und, ja, ich gehe mal davon aus, es wird wieder einer mit Molex sein. Und, ja, sonst haben wir hier noch einen Floppy. Damit wollen wir den Lüfter mal auf 12 Volt steuern. Ähm, da hole ich gleich zwei Drähte. Die stecken wir in den Stecker von dem Lüfter rein. Und dann stecken wir die hier rein. Bis gleich dann. Und dann habe ich auch alles zusammen. Wer sich schon mal gefragt hat, warum dieses hier, das ist die Lüftersteuerung von dem Netzteil tatsächlich. Also, ihr könnt jetzt das Netzteil mitsteuern. Aber es ist jetzt eher unrelevant für das Video. Ähm, ja. Ich bin gleich wieder da mit allen Komponenten und so weiter. So, ich werde jetzt kurz das Case rausholen. Ich habe jetzt nochmal diesen Adapter. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist sowas hier. Äh, das ist ein Stück Telefondraht. Bis gleich dann. So, Leute. Und jetzt haben wir hier natürlich hier nochmal. Es wird erklärt, wie ihr die Schnellclips anwendet. Hier sehen wir gleich. SSD schraubt ihr natürlich rein. Das zeige ich euch auch gleich. Ähm. Wir können ja gleich mal gucken, wie das hier gemacht wird. Aber so sieht es zumindest aus. Und auf der Rückseite habt ihr natürlich nichts. Das ist euer Case. Äh, in meinem Fall hat das durch DHL nur eine ganz, ganz, ganz kleine Delle hier drin gehabt. Die konnte ich aber wieder ausbeulen. Ihr seht, hier ist nichts mehr. Sehr schön auf jeden Fall. Hier seht ihr schon mal zwei der 120mm Plätze. Hinten könnt ihr ein 120er und sieben ATX-Blenden habt ihr hinten. Und Netzteil kann nach unten oder nach oben eingebaut werden. Hier ist eure ATX-Blende Durchlass. Ach, guck mal Leute, da unten sieht es heftiger aus. Das müssen wir gleich mal gucken. Äh, ja. Mist. Ich prüfe das mal kurz und dann gucke ich mal, ob wir die Delle wieder rausbekommen. Sonst muss ich den Händler leider kontaktieren. Also Leute, ich werde mich mal mit dem Händler in Verbindung setzen. Das ist jetzt leider eine Delle hier drin. Ich versuche mich mit dem Händler einigen zu können. Äh, ich werde dem Händler aber schreiben, ich würde es gerne, ich werde das Gehäuse gerne behalten. Aber vielleicht ist er ja entgegenkommend und zahlt ein bisschen was zurück. Wegen der Beschädigung. Das werden wir mal sehen. Das werde ich euch dann vielleicht in einem separaten Video mal irgendwann sagen. Ja, das ist schon mal euer Tray von hinten. Ihr seht, ihr habt hier keinen Abstand nach hinten. Aber, ihr habt es ja mittlerweile schon gesehen gehabt. Ihr habt hier eine Delle drin. Und hier ist der Tray auch ein Stück nach vorne gebogen. Äh, ja. Leute, ich werde auch wegen diesem Schaden nicht dem Händler jetzt schreiben. Ich werde ihm das zurückschicken. Das ist ein kleiner Fehler. Den hat der Elmir da reingehauen. Äh, das werde ich mit dem Händler erklären. Und vielleicht gibt der mir ein paar Euro wieder zurück. Aber ich werde das jetzt nicht zurückschicken, weil das ist ja teurer, als sich das einfach wegzugucken. Das wird wahrscheinlich sowieso für den Minecraft-Server sein. Und dann sieht man sowieso nichts auf der Seite. Ich mache jetzt mal ganz kurz, ihr wollt ja mit Sicherheit auch sehen. Die andere Seite ab. Ja. Hier der Unterschied zu der anderen Seite. Natürlich mit den Lüftergittern drin. Ja, so. Upsala. Ich lege uns das Reuse mal hin auf den Boden. Ja, hier seht ihr das Zugehör. Das gucken wir uns gleich an. Erstens mal sehen wir hier, ist ein Lüfter vorinstalliert in der Front. Den wir leider auch ohne Lüfterschrauben nicht nach hinten versetzen können. Die gucken wir uns aber gleich an. Und hier dieser angesprochene Molex-Adapter. Hier sind eure Kabel. Start, Power, HDD, LEDs und sowas. USB und Audio. Netzteil wird natürlich nach unten verbaut. Da könnt ihr auch alternativ mit dem Lüfter nach oben gucken lassen. Ein Lüfterplatz für 120 mm. Zwei Lüfterplätze vorne für 120 mm. Und, was ich doch sehr, sehr schön finde, das gucken wir uns auch gleich an von vorne, Staubfilter sind vorinstalliert. Ja, das Kabel hat eine ausreichende Länge und das ist ein 3-Pin-Lüfter. Ja, ich hatte euch ja versprochen, wir bauen gleich das Netzteil ein. Das mache ich aber ohne euch und dann gucken wir uns das mal an. Ja. Ich baue jetzt erstmal das Netzteil kurz ein, aber nur zum Testen. Und dann sehen wir uns hier. Apropos, hier sind eure SSD-Rahmen, den ihr mit Schrauben hier und hier losmachen könnt. Wenn ihr den rausnehmt, könnt ihr hier Grafikkarten mit 38,5 cm, so wie es aussieht, verbauen. Nagelt mich dabei bitte nicht fest. Und ohne wohl nur bis 31 cm. Die Grafikkarte kann dann bis ganz vorne hin. Kriegt dann auch direkt Frischluft von einem nicht vorinstallierten Lüfter. Den müsst ihr dann wohl noch selbstständig einbauen. Aber Schakun legt euch auch das ins Zugehör gleich dazu. Das zeige ich euch aber gleich, weil ihr bekommt da bestimmte Befestigungsschrauben. Ich muss hier sowieso Lüfter für bestellen. Für hinten einen. Und dann bestelle ich auch gleich einen zweiten. Dann sind vier von diesen Schrauben sowieso über. Aber wir hören uns auch gleich den Lüfter mal an. Bei 5 und bei 12 Volt jeweilig. Was das hier ist. Das könnte sein, dass es 5 Volt genutzt. Ja, es wäre sinnvoll, wenn es nur 5 Volt wären. Okay, dann bis gleich. Ich baue jetzt erstmal ein Netzteil kurz ein. Und dann gucken wir, wie wir dem Kabelmanagement versprechen. Weil die Bequite-Kabel hier, die sind noch relativ dick gesleeved. Und ich habe ein anderes Gehäuse, da hast du es nur mit Hängen und Würgen noch zugekriegt. Bis gleich, Leute. Und danach gucken wir uns das Zugehör mal hier in voller Gänze an, was Schakun uns da zulegt. Und dann sehen wir uns gleich. So, wir gucken uns als erstes mal an, ob das Mainboard hier, ob das gehen würde. Ihr seht hier oben kaum wirklich Lochmöglichkeiten. Ich werde trotzdem mal probieren, den 8-Pin hier durchzuzwängen. Ich würde euch aber eigentlich schon gar nicht empfehlen, das mehr zu probieren. Aber wir werden es gleich sehen. Das ist übrigens ein Mainboard von Mr.1996 Steffen. Abgekauft habe. Es ist ein B75, also ein L55er. Ein Netzteil natürlich mit einem Lüfter nach unten gebaut. Ihr seht das auch nochmal. Hier unten ist der Staubfilter. Das ist auch der Lüfter vom Netzteil. Und ja, Netzteil hat natürlich alles Mögliche. Also ich gucke jetzt erstmal, ob das klappt. Und hole euch dann dazu. Bis gleich. Also Leute, es wird vielleicht funktionieren. Das müsst ihr sehen. Bei meinem Netzteil seht ihr zum Beispiel, funktioniert es doch so halbwegs. Wenn ihr es festgeschraubt habt, dann könnt ihr hier den ATX-Stecker einfach packen und reinschieben. Ihr seht in meinem Fall, haut das Mainboard schon direkt ab. Das macht ihr eigentlich lieber nicht unten ans Mainboard fassen. Aber ihr seht hier oben das Loch. Da kommt es durch. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir das Mainboard, die Pläne von hinten noch gegengeschraubt bekommen. Dann zeige ich euch noch kurz die Front und das Zugehör. Und dann ist das Video auch schon beendet. Bis gleich. Da nochmal. Wo wir montieren mal kurz die Rückseite dran. So. Ihr seht es. Es ist zwar doch ein bisschen knapp, aber selbst das ATX-Kabel kommt jetzt hier hoch. Könnt ihr jetzt hier einmal so drühen und dann in eure CPU stecken. Also in euer Mainboard reinstecken. Und den CPU-Stecker könnt ihr auch oben rumführen. Den Rest der Kabel, den führt ihr ja hier unten durch. Und hier habt ihr Netzplatz. Könnt ihr eh nicht reingucken. Ähm, ja. Aber das ist dann soweit schon mal die Rückseite. Ich muss das jetzt erstmal kurz auseinanderbauen. Dann baue ich das Netzteil wieder aus. Und dann gucken wir uns den Frontlüfter nochmal an. Und dann danach das Zugehör noch. Bis gleich dann. So. Als nächstes gucken wir uns mal die Front an. Ganz kurz noch. Ich montiere mal das Front-Panel ab. Da habt ihr hier Spangen. Aber ich kann euch auch einen Trick zeigen. Ihr seid bitte sehr vorsichtig dabei. Und ihr geht mit dem Schraubenzieher kurz hier in die Lücke. Zack. 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 Und stellt das Gehäuse wieder hin. Und dann macht ihr... Aber hierbei seid bitte sehr vorsichtig. Weil ihr wollt ja keine Kratzer in eurem Gehäuse drin haben. Ich mache das mal kurz hier oben nochmal kurz rein. Und dann gehen wir hier unten kurz rein. Zack. Und schon ist eure Front ab. Und zack. Was kommt uns dann zum Vorschein? Die ganze Schaltelektronik wie Dioden, USB, Audio. Und hier kommt uns unser Chakul-Lüfter. Leider ab Werk vorinstalliert ist. Und zwar mit solchen Schrauben hier. Da braucht ihr spezielle Lüfter-Schrauben. Die müsst ihr kaufen. Könnt ihr bei Ebay günstig kaufen. Aber bis ich die jetzt habe, das dauert mir zu lange. Deswegen werde ich jetzt den Test leider mit einem anderen Lüfter durchführen. Nicht mit dem hier. Ja, ich wollte einen Lautstärke-Test machen. Wie der ist. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen bei dem hier. Wo hier Molex dran ist. Ja, das ist Vorteil. Ja. Ihr seht auch den Staubfilter nochmal. Also sehr schön Schakul. Staubfilter habt ihr vorinstalliert. Und ihr könnt die Plenty unten gegen eine andere austauschen. Das wollte ich zwar nicht gerade, aber egal. Ja. Hier könnt ihr noch einen zweiten 120er verbauen. Und hinten könnt ihr einen 120er verbauen. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Sache, muss ich sagen. Und ja. Montieren tut ihr das dann einfach wieder mit den Spangen hier. Und dann ist das alles perfekt wieder. Klippt ihr einfach raus, indem ihr zusammendrückt. Und jetzt gucken wir als nächstes nochmal das Zugehör an. Kann ich das mit euch zusammen? Ne, ich werde euch mal kurz wegschalten. Und dann gucken wir uns das Zugehör nochmal an. So, folgendes Zugehör bekommt ihr. Ihr eine Blende für Kartenlesegeräte oder sowas, was ihr auf 3,5 Zoll Basis extern haben wollt. Könnt ihr dann da so einbauen. Eine Blende. Einen Speaker. Sehr selten heute bei Gehäusen mal dabei. Ich habe schon zwei ohne gehabt. Legt euch ja nur noch zwei Kabelbinder dazu. Habe ich genug von. Ja, hier sind noch Schrauben für Netzteil, glaube ich, dabei. Für Mainboards und für die SSDs. Also ihr habt ja alle Schrauben, so wie es aussieht, dabei. Ja, das ist euer Zugehör hier. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Die kosten zwar nur 2 Euro bei Ebay, aber es ist doch eine nette Geste, wenn ein Hersteller mal daran denkt. Ja. Ich werde jetzt erstmal mit dem Händler kurz Kontakt aufnehmen. Ihm den Vorfall melden. Und dann werde ich mit dem Händler hoffentlich eine Lösung finden. Ich werde halt, wie gesagt, drunter schreiben, ich würde das Gehäuse nicht zurückschicken. Ich würde es behalten. Der Schaden, der beeinträchtigt mich nicht bei der Nutzung. Sieht auch nicht, den sieht man auch kaum. Ich kann euch ja mal zeigen, ob ihr den Schaden erkennen könnt. Also hier könnt ihr ihn leicht erkennen. Da ist noch eine leichte Delle drin, aber meine Güte. Mal sehen, was der Händler dazu sagt. Und dann sehen wir weiter. Ich bin der Meinung, ich kann es so behalten. Und ich würde mich halt für einen kleinen Nachlass oder so freuen, wenn der Händler da kulant wird und auch sagt, ja, ich kann ein paar Euro zurückerstatten für den Schaden. Zurückschicken ungern, weil das lohnt sich nicht. Bis gleich nochmal. Dann gucken wir uns nochmal gleich den Lüfter an. Mit dem Molex-Adapter und auf 12 Volt. So, Leute. Ich würde sagen, ich hole euch dazu, wenn der Lüfter dann angedreht hat. Hier seht ihr, ihr habt dann auch den Molex-Port nicht verloren. Und wir machen als erstes mit dem Molex. Guckt natürlich drauf, dass ihr diese beiden Kontakte hier nicht treffen könnt. Und der Lüfter wird auf 5 Volt. Ne, Leute. Wartet mal. Schlechte Nachrichten. Den Lüfter solltet ihr vielleicht nicht über den Adapter hier benutzen. Guckt euch mal an, wo die Kontakte reingehen. Das ist die 12 Volt. Rot ist hier 5 Volt. Der Lüfter wird auf jeden Fall sehr hoch drehen. Das wollt ihr nicht. Ich mach's mal kurz an und dann hören wir uns das Theater mal an. Ach, Leute. Der geht ja noch. Also mit 12 Volt. Hm. Hat aber auch nicht so einen guten Luftdurchsatz, muss ich euch echt sagen. Aber das kann man jetzt später austauschen, den Lüfter hier. Ja. Aber... Ich will mal kurz was gucken. Nicht, dass das der Fall ist. Ich muss mal kurz was überprüfen. Aber der Lüfter ist keineswegs über den Adapter zu hören. Wir machen ihn mal kurz an die andere Leitung und hören uns den dann nochmal an. Und dann gucke ich mir, was es auf sich hat. Aber wie gesagt, sehr schön auf jeden Fall. Ja, Leute. Mein Verdacht hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Der Lüfter ist richtig rumverbaut. Und jetzt ist er mit 5 Volt angebunden. Der scheint nicht so qualitativ gut zu sein. Ich würde euch halt empfehlen, baut da mal irgendwann andere Lüfter ein. Aber von Anfang geht der auch. Sitzt auch leider ein bisschen blöd, weil man baut vorne keine Lüfter nur ein. Man macht auch hinten noch einen rein. Sonst habt ihr hier so einen Hitzestau drin. Ja, aber ist ja okay. Wie gesagt. Leute, dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Hoffe, dass euch das Review zu diesem Case gefallen hat. So sieht das nochmal von vorne aus. Das ist eine sehr schöne Taste. Die gefällt mir jetzt schon. Sie kann leuchten die beiden hier. Und hier natürlich noch diese Dingsbums. Aber sonst alles perfekt. Das Gehäuser hat sonst keine weiteren Schäden mehr. Wir gucken uns trotzdem nochmal kurz an. Ob ich auch damit richtig liege. Und dann gucken wir uns mal kurz die andere Seite an. Da war noch eine kleine Delle, aber die ist wirklich absolut unsichtbar. Ja, von daher, ich werde den Händler jetzt mal kurz anschreiben. Und dann hoffen wir, dass wir da Kolantenhändler gefunden haben, der da mit sich reden lässt. Ich werde ihm halt auch schreiben. Ich möchte es nicht zurücksenden, aber vielleicht finden wir eine andere Lösung. Ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag. Hoffe, euch hat das Review zu diesem Case hier gefallen. Und ja, ich finde es jetzt mit den vorhin zerlegten Lüfter nicht so schön. Aber das gute Gimmick ist, ihr könnt hier vorne Lüfter nachrüsten. Schakun liefert euch zwei Schrauben mit. Staubfilter hinten unten beim Netzteil. Und hier vorne. Der Lüfter, der ist auch nicht grottenschlecht. Also total laut oder sowas. Der ist sehr leise. Ja, Luft wird hierneben eingezogen. Ist aber auch nicht blendend viel. Ja, für einen Preis von 30 Euro finde ich das aber auch ganz in Ordnung. Ja, bis dann Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.